hey yo leute willkommen zurück bei magic 2014 duel of the planets walker weekend jace und uns das andere deck ist viel zu langsam die könnten ich guck mal was alles noch herrn wo das decktempo hat jace gegen jace die die hat mir schon mal gespielt ja das kurz zu schauen über 30 von 35 karten freigestellte warum kann man hier noch fünf karten freischalten die ich nicht sehr schmerzuri deck schwarm ist relativ langsam ich probiere es einfach mal remazuris gegen ihn wo ich nicht glaube dass wir nicht den blauen remazuri haben der uns flugfähigkeiten dazu gibt wir haben schon mal einen kampf remazuri wir haben ja krimazuri haben paste exile karten hart behalten war einfach mal jace fängt an mit blauen okay ich spiele als erstes hier um ein grünes land zu holen jetzt sind wir mal gespannt das ist der bettel remazuri der kampf remazuri plus 2 plus 0 für den remazuri den man hat schade dass ich nicht den erstschlag habe und er hat seine wand wieder hervor aber wir haben den remazuri mit trampel schaden noch bekommen jetzt wieder an den plus 3 plus 3 remazuri kron ja ich spiele ein dämlichen kron jace ich kann eh nicht blocken gut wir spielen erstmal das spontan zauber wir gehen mal weiter angreif überspringen wir braucht schon fünf karten gehen weiter okay dann auf zu jace faser spielt er jetzt er spielt eine weitere karte er spielt nochmal einen kron und noch ein kron ja ist klasse so er geht in den kampf ich sag spontan zauber pass to exile tschüss mit dir so greift mich nur für drei an was haben wir hier er bringt jetzt zwei einfarbigere remazuri spielsteine ich spiele nochmal weiß ok angreif überspringen wir ich mach duell neu starten wir haben eigentlich gar keinen schlechten anfang gehabt aber das ist alles ein bisschen nervig wir haben den flitzen remazuri haben wir noch den erstschlag remazuri ich spiele übrigens wieder als erster bettere remazuri jace spielt als erster oh wir haben auf jeden fall den doppelschlag der ist geil aber wir haben keine länder und jace hat wieder als erstes gespielt ah wir haben aber das ok kartenhand behalten wir auch wenn jace wieder als erstes spielt ich denke habe ich einfach viele vertrauen jetzt daran wenn sie den traumbär gleich jetzt erst in der erste runde spielt so wir spielen einmal weiß ich hoffe dass ich mehr als jetzt nur gebirge ziehe ok komm jace ich mach dich platt mit meinen remazuris und silber wie auch heißen das waren die ersten fünf minuten dieser folge und die gesamte folge seht ihr auf die mindgamers kommt auf den kanal und schaut rein zusätzlich könnt ihr noch den kanal card collectors anschauen bis dann ciao ciao